Musik 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 Guck mal! Musik Unser Dschungel Unser privater Wilder Garten Voll schön! Nicht so schlimm Alles noch angenehm weich und jetzt nicht so hartes Gestrüpp Musik 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 Und wie schaut's aus drin? Ja, gut, ist da ein bisschen Ja klar Musik 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 Da ist der große Schlüssel Wir haben gar nicht mehr so groß in Erinnerung gehabt Musik Musik So, Schweine offen Juhu, das Licht geht Super Musik 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 Ja, das ist viel, viel länger. Fertig. Ja, so einfach. Jetzt müssen wir uns wieder durchfädeln. Kletter mal schnell drunter. Du magst doch spinnen, oder? Und Schlangen. Kindheitstraum. Das hört sich schon besser an. Wow. Wir haben Wasser. Reicht dir nicht ein Bier, Schatz? Manno, trofe Spinne. Ja, wir sind hier im Paradies. Naturpool. Du Alku. Und was ist das? Das ist ein Balkenmeer. Für diese Wiese. Hauptsächlich für die Bäume und den Kräutergarten. Was ist die Einfahrt für ein Schlangzeug? Ja. Parkplatz. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, jetzt haben wir heute eigentlich die komplette Fläche gemäht, innerhalb von ein paar Stunden. Ich würde sagen zwei bis drei Stunden, aber wir haben das Gerät zum ersten Mal in Betrieb genommen, das heißt, wir hatten keine Ahnung. Und wir haben ein bisschen rumgespielt und hätte mehr mit dem System vielleicht rangehen können. Genau. Was machst du da? Hä? Was machst du da? Ich buddle wieder meine Feuerstelle aus. Sehr schön. Gulasch. Gulasch. Auf jeden Fall. Das draußen Kochen und Essen ist für uns in Kieferstättl was ganz was Besonderes. Das Gulasch aus dem Feuertopf ist einmal im Jahr wirklich das Highlight für uns. Schaut halt schon mal super aus. Schön an Schmoren und anbeunen das Fleisch. Sehr schön. Da war bestimmt der Igel drin vom letzten Mal, aber den haben wir bis jetzt noch nicht gesehen dieses Jahr. Aber es sieht nach einer schönen Fühle aus. Ja. So, was kommen für Gewürze rein? Auf jeden Fall geräucherte Paprika, Lorbeerblätter und wir mögen es halt gern sehr scharf. Wir haben Chili-Pulver, Scotch-Boni. Das ist eins der schärfsten Pulver, angeblich. Ich mache jetzt auch schon mal einen Löffel Tomatenmark dazu. Und dann Flüssigkeit, einfach immer ein bisschen vom dunklen Bier. So, jetzt gibt es noch einen Löffel Sahne dazu. Und dann, das ist eigentlich bestimmte drei Stunden durchgezogen. Auf dem Herd, auf dem Gasherd kochen wir noch die Kartoffeln. Und dann sind wir auch fertig. So, jetzt gibt es noch einiger Blick. Störche. Drei. Drei sind die groß. Das draußen arbeiten ist für uns als sonst Bürostuhlsitzer natürlich etwas ungewohnt, aber wir genießen es total, an der frischen Luft zu arbeiten und uns anzustrengen. Da kann man dann auch schon mal recht müde sein. Wir machen heute einen Ausflug von Kieferstättl eine Stunde weg nach Moschner. Ein schönes Barockschloss, das wurde uns von Freunden empfohlen und der Eintritt in den Park und dann ins Innere kostet 33 Sorte pro Person. Das ist, glaube ich, ein beliebtes Ausflugsziel für Schulklassen. Es stehen einige Reisebusse da. Das schauen wir uns jetzt mal in aller Ruhe an. Das ist schon gemütlich. Das ist ein ruhiger, verwachsener Park. Nur alte Bäume. Das ist schon gemütlich. 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 so alt. Die Innenräume stammen so aus dem 19. Jahrhundert und man kann da in einer Stunde durchlaufen, sich so ein bisschen die Geschichte von dieser Familie und vom Schloss anschauen. Sehr, sehr schön. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Was machst du? Was machst du? Spieße für Füchtel. Ah, nochmal Glück gehabt. Ja, mit Verzierung. Oder angenehm, leichter Griff. Du hast doch jetzt nach den fünf Tagen Hände wie ein Bauarbeiter, oder? Jawohl. Es ist eh langsam abends Sonne. Und ja, es ist total schön einfach ein bisschen rumhocken. Und du warst fleißig. Ja, das Auto haben wir zusammengeputzt. Das ist jetzt blitzeblank. Ja, so sauber war schon lange nicht mehr. Ja. Die letzten drei Jahre nicht. Am praktischsten ist tatsächlich, wenn man kleine Häufchen hat, also so dünne, kleine Häufchen, ... dass das Gras einmal von der Wiese auch entfernt ist, weil ... ... manchmal liegt das so ganz glatt in so richtig ... ... lauter Strohhalmen aneinandergepresst. Das ist dann so ganz frisch. Also, das ist meine Theorie. Ich bin ja keine Schwerte. Wir sehen, wie viel Arbeit das Ganze macht, die sonst eigentlich Mariks Eltern machen. Wir sind total froh, dass die letzten Tage dann doch noch genügend Sonne da ist, ... damit das Gras trocken ist, damit wir alles auf einen Haufen werfen können. Der sieht hier jetzt verdammt klein aus, aber der war wirklich riesig. Sehr schön. Franzsäck für immer hier. War vielleicht sogar die Geburtsstunde von Franzsäck. Hm, vielleicht. Von der ersten Idee. Schöne Aufkleber-Ecke. Jetzt sind wir schon am letzten Tag. Kon jetzt. Schade, es war so schön. Wir sind um Viertel vor sechs aufgestanden, haben alles dicht gemacht. Wasser aus, Strom aus, alle Sicherungen, alles eingepackt. Ja, alles was ging. Jetzt geht's wieder heim, acht Stunden im Auto. Hoffentlich. Nicht mehr. Aber sehr schön, sehr erholsam und ... ... wird voll stark geworden. Schade, 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 schade. Wenn man sich den Heuhaufen da hinten anschaut ... ... dann weiß man, was wir gemacht haben. Ja. ... ... ... Vielen Dank.